Ein Ford Transit Courier steht hier zum Verkauf. Zwei Personen haben in diesem großen Beißen 5 Thüringen Wind Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Regensensor, Bordcomputer, und vieles mehr. Der sparsame Benziner überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 12.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.